Was ist das Ziel in Jesus Christus? Die Mannesreife in Christus heranwachsen dadurch, dass seine Gesinnung sein Wesen in uns Form nimmt. Nichts von uns bleibt über, nur noch Christus in uns. Das ist das Ziel im Glauben. Christus ist das Ziel des Gesetzes. Das ist der Grund, warum wir die Tora lesen oder Dinge dort verstehen wollen, um so zu werden, wie er. Seine Gesinnung soll in uns sein. Das ist das Ziel im Glauben. Sozusagen, wenn wir ein Glaubensbekenntnis abgelegt haben an Jesus Christus, folgt nun eine echte Nachfolge. Und die Echtheit dieser Nachfolge wird allein und einzig dadurch geprüft, dass wir das Kreuz tragen. Das Kreuz typifiziert demnach etwas Physisches. Wir benötigen Materie, um dieses geistige Ziel zu erreichen. Das Kreuz ist also nur inwendig. Das Kreuz spricht nur den inneren Menschen an. Christus ist gekommen, um diesen alten Mensch zu kreuzigen. Denn nur durch das Kreuzigen des alten Menschen kann der neue Mensch hervorkommen. Das ist Christus Arbeit in uns. Und das zu erreichen, mit seiner Arbeit, durch die Kraft, die er verliehen hat, Macht, seine Auferstehung, werden wir nun gefunden, dass wir das Kreuz tragen. Wenn das Kreuz jetzt nur intern ist und wir unser Kreuz nur tragen können, ich nicht dein Kreuz und du nicht mein Kreuz tragen kannst, können wir jetzt verstehen, dass das Kreuz wird nur gefunden in deinem eigenen Leben. In dem Leben, welches du bestellen musst, den Rahmen, der dir gesteckt ist, das ist dort, wo das Kreuz vorhanden ist. Diese Materie ist gefüllt aus deinem Leben, um dieses geistige Ziel zu erreichen. Wir möchten also die Babyanfänge und die Windeln hinter uns lassen, wo wir noch Begierden haben. Wir verspüren, dass wir gewisse Dinge gerne tun würden. Es ist schon da, die Neigung, aber wir kämpfen damit, es nur nicht auszuführen. Das heißt, wir sind mehr darauf bedacht, dass die Praxis nicht eintritt, als dass wir es wirklich nicht wollen. Aber das ist Christus Ziel. Wo er uns schnell, so gut es geht und so schnell es geht, haben möchte, ist, dass wir gar nicht die Neigung haben, nämlich seine Gesinnung zu haben. In der Tat ist es die letzte Instanz und noch der beste Ausweg, wenn gar nichts mehr geht, dass wir es gar nicht erst ausführen, obwohl wir die Neigung vielleicht verspüren. Aber das sind die Anfänge. Wir wollen diese Windeln und diese Stufen hinter uns lassen, um dahin zu kommen, dass diese Dinge uns gar nichts anhaben können. Das ist Christus Ziel und was er ja versprochen hat, in uns zu tun. Wenn wir nicht darin gefunden wären, durch das Tragen des Kreuzes und die Macht, die er uns gegeben hat, macht seine Auferstehung durch den Heiligen Geist, dann sind wir seine Feinde, weil wir nicht an ihn glauben, dass er das in uns schafft. Verstehst du? Aber es gibt eine Bedingung, es gibt eine Grundlage, um dieses Ziel zu erreichen. Also physische Dinge, ein praktisches Leben, um dieses geistige Ziel zu erreichen. Das heißt, während wir aber dahin streben, diese Gesinnung zu haben, sind wir nicht fahrlässig. Wir spielen nicht in Superhelden. Paulus hat gesagt, dass wir sollen nichts machen, was dieses Fleisch reizt. Wir leben noch hier, Fleisch und Blut. Und wir müssen dieses Fleisch ernähren. Wir müssen es kleiden. Wir müssen Sachen besorgen. Dinge, die wir bestellen müssen. So geistig wir auch sein mögen. Wenn wir drei Tage, vier Tage nichts essen, nichts trinken, dann wird das Fleisch matt und schwach sein. Wir könnten nichts ausführen, um geistige Ergebnisse zu erzielen. Also wir machen es mit Bedachtheit. Wir setzen uns nicht unnötige Gefahren aus und sagen, das Fleisch kann uns nichts mehr anhaben. Wir haben vollkommene Kontrolle und fallen durch irgendeine Fahrlässigkeit, weil wir uns irgendwo hinbegeben haben, was für uns jetzt gefährlich war. Aber das Glaubensbekenntnis sagt auch aus, dass wir nun nicht mehr kauern und uns strenge Dinge auferlegen, weil wir so sehr mit der Praxis beschäftigt sind. Das darf ich nicht tun. Das darf ich nicht tun. Und legen uns ganz viele Wegweisungen auf. Heute mache ich nicht das. Heute mache ich das. Neujahrsbekenntnis. All diese ganzen Dinge. Und versuchen krampfhaft, dass keine Praxen hervorgebracht werden, während die Neigung noch da ist. Aber diese Neigung ist doch, was zum Tod führt. Die Werke folgen sowieso. Wenn dieses Wesen nicht gekreuzigt würde, dann hätten wir keine Kontrolle, über welche Werke wir wirklich eines Tages hervorbringen würden. Also Christus spricht den Kern an. Die Gesinnung zu haben wie Christus ist das Glaubensziel in Christus. Hoffen wir, dass das wirklich Sinn macht. Das ist, was er versprochen hat. Alles andere, egal was gelehrt wird, mein lieber Freund, egal was gelehrt wird, das wird natürlich aus der Bibel kommen. Was nicht das anspricht, was nicht das zum Ziel hat, ist die antichristliche Lehre. Satans Frontmänner finden sich in den Bibelkreisen. Die Bibelgelehrten ist die Elite der Armee von Satan. Okay? Deswegen? Deswegen, ich muss ehrlich sagen, wenn ich meine Arbeit der letzten Jahre bewerten sollte, anhand von Bibelwissen und Bibelpredigt und Verknüpfungen, würde ich sagen, sehr, sehr erfolgreich. Weil viele, viele, hunderte, vielleicht sogar tausende E-Mails sind gekommen von Erkenntnissen, die wir gehabt haben, über Verknüpfungen und all diese ganzen Dinge. Aber wenn ich jetzt, weil ich ja nicht jeden Einzelnen kenne, wenn ich jetzt die Arbeit bewerten würde, anhand einer echten Nachfolge, dass wirklich all die Menschen, die mir je geschrien haben, auch wirklich die Gesinnung von Christus haben und daran wirklich inbrünstig arbeiten, dann sehe das Ergebnis schon anders aus. Deswegen, wo wir hinwollen, weil wir nie wissen, in welchem Prozess wir sind. Ich kann nicht wissen, ob du jetzt nur gerade viel Bibelwissen hast oder ob du wirklich eine Nachfolge hier lebst. Wir müssen es den Herrn überlassen, aber worüber wir uns unterhalten müssen und worin wir uns gegenseitig unterstützen müssen, ist, Freund, denk an eins, in allem, was du tust, nimmt Christus' Gesinnung in dir Form. Woran würdest du es sagen? Das sind die Gespräche des Pastors, Junge. Verstehst du das? Der Pastor müsste dich fragen, nicht dich viel da bombardieren mit Bibelwissen und was du alles machen musst. Das kannst du gerne forschen. Er kann dir da PDFs oder Traktate oder sonst was rausschicken. Studiere das mal abends, wenn du ins Bett gehst oder kurz bevor du meinetwegen das und das machst. Guck mal kurz drüber. Aber die Gespräche sind, warum denkst du, dass du Christus-ähnlicher bist? Das, was du gerade tust, wo denkst du, dass es dich weiterbringt? Und dann fragst du, was meinst du damit? Weil diese physische Materie brauchst du. Du musst die Sachen bestellen, um dieses geistige Ziel zu erreichen. So in vielen Bibelkreisen, in vielen Gemeinden, oftmals kam der Ausspruch, das habe ich damals immer nicht verstanden. Heute reagiere ich ganz anders vielleicht. Steve, hast du geistigen Wachstum? Verspürst du geistige Dinge? Bist du erquickt im Geist? Wenn wir uns aber umschauen und wir nicht mal an der physischen Position sind, die wir irdisch schon mal einnehmen sollten, kann dieser Wachstum nicht hervorgebracht werden. Einige argumentieren dagegen und sagen, das ist zu physisch, zu fleischig, Werksgerechtigkeit. Ich verstehe, was die Menschen meinen, dass du jetzt versuchst, aus dir heraus Christus-ähnlich zu werden. Und der Weg, der dazu genutzt wird, ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, denn der führt zum Tod. Und jetzt bitte halte ich fest, halte ich fest. Okay? Die größte Gefahr, die wir haben, ist, dass die Bibel zum Baum der Erkenntnis von Gut und Böse wird. Weil, nicht, dass das ist, was Paulus auch beschreibt im Römerbrief, ist, ist denn das, was mir zum Leben gedacht war, nun der Tod, das sei ferne. Die Tora ist in sich nicht der Tod. Die Tora spiegelt Gottes Heiligkeit wieder. Nun, wenn aber ein verdorbener Mensch mit dieser Gesinnung, der noch viele Neigungen hat, nun versucht, die Tora zu halten, die größte Verführung liegt darin, dass ein verdorbener Mensch, der null an seiner Gesinnung gearbeitet hat, praktisch aber gewisse Dinge nicht mehr exerziert, er macht die nicht mehr, aber die Gesinnung ist noch da, aber er hat jetzt nun ja eine Anleitung, die ja göttlich ist, weil es ist ja die Bibel, um zu wissen, wie ich jetzt nun Sachen machen muss. Ich muss ein besserer Mann sein, eine bessere Hausfrau. Was macht denn ein Mann? Das machte das und das aus der Bibel. Also mache ich das. Und so wird die Bibel teilweise die größte Gefahr. Deswegen Satans Frontmänner, die Elite der Armee, findest du in Bibelkreisen. Nicht der Atheist, der Krakel, dass er nichts mit Gott zu tun haben will. Wenn der umkehrt, wahrscheinlich ist er ein besserer Gläubiger als manche Bibellehrer. Okay? Also die Bibellehrer, die Elite, die sprechen gewisse Dinge nicht an, weil sie dadurch Macht haben, weil die sind übrigens eingesetzt, weil Menschen es nicht lieben, über ihr Leben zu sprechen und schon gar nicht über die Dinge, die schlimm sind. Menschen kommen nicht zu dir, Junge. Menschen kommen nicht und sagen, du Bruder, lass uns mal mein Leben genau hier ausklamüsern. Was denkst du? Warum habe ich das und das gemacht? Du bist doch auch durch den Geist Gottes geleitet. Kannst du mir hier einen Ratschlag geben? Das ist nicht, warum Menschen kommen. Menschen kommen wegen Kalender und wann feiern wir Jom Kippur und wann feiern wir die Festtage und all diese ganzen Dinge und wo kriege ich koscher Fleisch her. Aber alles Dinge aus der Bibel. Es ist alles interessant, aber worum es geht, ist Christus Gesinnung zu haben. Das ist der Grund, warum wir leben. Wir wollen ihn mehr. Das ist, was dich bedrückt, wenn du sagst, habe ich da gehandelt wie Christus? Herr, helf mir hier weiter. Ich möchte deine Gesinnung haben. Wenn ich deine Gesinnung habe, kommen die Werke, die Früchte werden hervorgebracht. Ich hoffe, dass das Sinn macht. Also, wir brauchen physische Dinge. Das heißt, wenn jemand nicht mal an der irdischen Position platziert ist, nicht aufgestellt ist, wo er sein soll, was heißt das? Nun, wir haben gewisse Bedürfnisse, die uns eine Richtweisung geben, was wir machen sollen. Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Intimität, Ehe, all diese ganzen Dinge. Und nun müssen wir rausgehen, um diese zu erfüllen. Die müssen erfüllt werden. Das Fleisch muss ja existieren, um dieses geistige Ziel zu erreichen. Nehme ich zuvor ein anderes Beispiel. Stell dir mal vor, wir haben ein Leichtathletik-Wettrennen. Die Männer und Frauen, die da mitlaufen, müssen zuvor Vorkehrungen getroffen haben. Die waren in einem Verein, die haben sich angemeldet, die haben da die Gebühren bezahlt, die haben sich vorbereitet, die haben an dem Tag die Klamotten an, die packen ihre Sachen, die werden da hingefahren. Also, gewisse Dinge müssen zuvor gemacht werden, um da einfach da jetzt mitlaufen zu können. Es ist also unmöglich, dass jemand einfach aufsteht, weil er in der Zeitung gelesen hat, dass heute gibt es da ein Wettrennen, in einer Olympiade oder sonst wo und meldet sich dort und kommt da in seinen Hausklamotten an und sagt, ich möchte heute mitlaufen. Und so ist es im Glauben auch. Wenn ich wirklich laufen will und ich bin nun ein Mann in einem heiratsfähigen Alter und du triffst diesen Mann in den Amazonen mit Turnschuhe und Rucksack und er durchstreift gerade die Erde und ist seit aber zehn Jahren schon gläubig. Und du fragst ihn, lieber Freund, Bruder, wann willst du denn zur Ruhe kommen? Er sagt, nein, er will noch durch Sri Lanka, er will noch durch Australien, Neuseeland noch die Berge sehen und er möchte das freie Leben genießen, der Herr ist bei mir. Am Ende der ganzen Spirale, der allmächtige Christus, er weiß schon, wie er jeden zu ihm zurückführt, der ihn liebt, der wirklich sein ist. Das heißt, wir können dich urteilen, aber wir könnten zumindest eines sagen, Bruder, lieber Freund, ich glaube nicht, dass du an der richtigen Position gerade bist. Und er sagt, was meinst du denn? Ich tue doch das, ich tue doch keinem weh. Das stimmt. Es geht nicht darum, ob du jemandem wehtust. Es geht darum, dass du dein Kreuz trägst. Du musst geformt werden. Und du als Mann mit Bedürfnissen, wenn du schon keine Bedürfnisse hast, zu heiraten, dann sollst du diese Gabe einsetzen, um das Evangelium zu verkündigen. Ich kenne nur einen einzigen aus der Bibel, dem das aufgetragen wurde im Neuen Testament, nämlich Paulus. Aber stell dir mal vor, es ist nun bei dir jetzt die Kraft da und das Wollen vom Allmächtigen Vater, dieses zu tun, dann solltest du das anders einsetzen, statt dir die Welt zu bereisen, die eines Tages eh vorüber ist. Okay? Wo soll ich denn sein? fragt er. Naja, bereite dich vor auf eine Ehe. Um das zu tun, musst du eine Arbeit angehen. Um das zu tun, hast du vor eine Ausbildung. Und dieser ganze Prozess, während du das richtig machst, jetzt an der Position, wo du überhaupt erstmal sein sollst, das machst du jetzt richtig. Du arbeitest jetzt daran, mit Sanftmut, Aufrichtigkeit, harte Arbeit, Bedachtheit, Einsatz, dieses Ziel zu erreichen. Und das wird dir schwer fallen, weil du bringst eine verdorbene Natur mit dir, wie ich es auch tue. Und wir müssen nun durch Gottes Kraft und Gebet und Bibellesen gegen diese Natur angehen, während wir an diesen Sachen arbeiten. Und die Ehefrau ebenfalls. Junge Frau bereitet sich vor, eine Frau zu werden. Was ist denn mein Auftrag als Ehefrau? Denn wenn ich so sein möchte wie Christus, kann ich jetzt dieses spezielle Beispiel ja nicht eins zu eins wiederfinden. Christus war keine Ehefrau. Aber eine Frau, die Christus als Haupt hat, weiß nun, dass in den Aufgaben, die sie zu bestellen hat, Dinge werden da sein, die werden gegen ihr Fleisch gehen. Sie wird damit zu kämpfen haben, sich unterzuordnen in Liebe. Sie wird damit zu kämpfen haben, Dinge zu bereiten. Sie würde lieber andere Sachen machen, denn die hat ja auch ein Leben zuvor gehabt und fragt sich, warum muss ich jetzt das machen? Es wird für sie schwer sein, wie es für den Mann schwer ist. Wir finden weder Männer heute vor, wie Abraham, und noch finden wir Frauen vor, wie Sarah. Aber das ist das Ziel. Wir haben Beispiele bekommen zur Unterweisung, damit wir liebevoll durch Gottes Kraft dieses Ziel erreichen können mit unserem Messias. Aber es wird uns schwer fallen, denn das Kreuz in unserem gesteckten Leben schmeckt oftmals bitter für den alten Mensch. Wenn der neue Mensch dadurch Friede und Wonne bekommt, dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Das sind die Gespräche im Hauskreis. Bruder, warum denkst du, der Pastor würde jetzt sanft und liebevoll diesen jungen Mann aus den Amazonen seit zehn Jahren herumwandern, jetzt fragen, warum glaubst du, Bruder, dass du schon mal an der richtigen Position bist, um jetzt überhaupt das Kreuz zu tragen? Jetzt wandelst du zwar auf einen Wandel und bekennst etwas, aber es scheint so, dass dein Wandel nicht gefüllt ist mit der Materie, welches du brauchst. Okay? Und deswegen vielleicht erreichen einen dann E-Mails, Bruder, Steve, wir wollen auswandern. Wir wollen irgendwo hingehen, ganz abgelegen, weg von der Zivilisation. Wir möchten da eine Thora-Gemeinde gründen. Wir möchten Hymnen singen und Gott loben, aufs Land zurück, wo keiner uns findet, wo wir ganz abgeschottet sind. Das Wasser aus dem Brunnen holen und wir bräunen da unser Tee aus frischen Kräutern und warten, bis Jeschua wiederkommt. Ist das nicht, was der Herr möchte? Gesundes Essen und Ruhe für unsere Kinder? Nein, du Heuchler! Du wolltest flüchten. Du hast Angst, dein Kreuz zu tragen. Die Anforderungen in dieser Welt, die beunruhigen dich und du willst lieber irgendwo hin, nachdem du nicht Verantwortung übernommen hast, für das, was du bis jetzt getan hast oder was du noch tun musst. Also, ich bin im gleichen Boot wie du, es ist schwer, wir können nicht flüchten. 1. Korinther 5 Paulus sagt, dass ich habe euch nicht gesagt, dass ihr nicht mit denen zusammen sein sollt oder essen zu sollen, mit denen, die aus dieser Welt sind, denn sonst müsstet ihr die Welt räumen, sondern ich habe euch gesagt, habe nichts zu tun mit einem, der sich Bruder nennt, aber ein Ehebrecher etc. ist. Also, die unter uns, die müssen wir viel mehr auf den Prüfstand legen. Die Welt, da hast du nichts mit zu tun. Deinen Nachbarn zu richten, der gar nicht glaubt, der von sich aus sagt, ich habe nichts mit dem Gott Israels zu tun, den richtest du nicht, sondern du schaust deinen Bruder an, in Sanfmut, aber in Ermahnung, zu sagen, Schwester, ja, du wandelst zwar im Glauben, aber du bist nicht an der Position, wo du als eine Frau, die verheiratet ist und die eine Mutter sein soll, etc. etc. Da bist du gerade nicht. Jetzt sagt sie, naja, aber ich habe entschieden, in der Freiheit, die ich habe, in Christus, hörst du mir bitte zu, Freund. Es gibt gewisse Dinge und nur das richtige Material bringt dich zum Glaubensziel. Der Glaube ist nicht das, was du bekennst, der Glaube ist das, was du lebst. Und das, was du lebst, muss gefüllt sein mit der richtigen Materie, als Mann, als Frau, als Junge, habe ich gewisse Prüfsteine, wo ich erstmal sein soll. Deswegen, wenn jemand zum Beispiel über Intimität lehrt, wenn jemand dir jetzt ein Beispiel geben möchte, wie ist deine biblische Intimität in der Ehe nun vollkommen, wenn er selber das nicht praktizieren kann oder wenn er es selber nicht praktiziert hat, hat, weil er selber noch nicht an der Position war, nämlich eine biblische Ehe eingegangen zu sein, was in der Welt will er dann lehren? Deswegen, Menschen können nur lehren, die auch die Materie gelebt haben. Deswegen, die Anforderung in der Tora ist, dass ein Levit, bevor er im Dienst anfängt, ist 30 Jahre, 5 Jahre zuvor die Ausbildung und mit 30 Jahren beginnt der Dienst. Ein gestandener Mann, der damals zu biblischen Zeiten schon längst gewisse Prozesse abgeschlossen hat. Ich selber habe erst geheiratet, nach 30 ist unüblich im biblischen Zeitalter. Im biblischen Zeitalter war das schon längst abgeschlossen. Okay, das heißt, wenn wir jetzt anders heute leben, nun ja, jetzt ab dem, was jetzt da ist, können wir auch wandeln, aber das ist immer noch die Herausforderung für uns. Okay, die Herangehensweise ist immer noch, dass wir erstmal gewisse Prüfsteine suchen im physischen Leben, ob die überhaupt erstmal richtig sind. Ich werde mich mit dir nicht, wenn wir uns treffen, über Bibelpassagen mich austauschen, denn was du studiert und gelernt hast oder gelernt in den letzten Jahren, wer weiß, das füllt ein Universum. Und da geht es bis übermorgen, wer über eine richtige Passage das richtige Manuskript sich herangezogen hatte. Nein, vielmehr, ich schau auf das Leben und das ist, was ich Brüder und Schwester rate, wenn sie fragen, Steve, wieso lehrst du, wer bist du, wo kommst du her? Ich sage, schau auf mein Leben, wenn du nichts findest, vielmehr sollte es sein, dass du mehr, vielmehr in meinem Leben findest, welches nach dem Prinzipien Christus sind, als dass du es nicht vorfindest, mess die Dinge an diesen Sachen. Deswegen lieben Menschen, hinter einem versteckten Bildschirm oder sonst wo zu predigen, ohne in ihr Leben reinschauen zu können. Okay? Du musst dich in einem, wer auch immer das ist, ob es Steve ist oder Thomas oder Thorsten oder Jens, jeder muss doch da die Möglichkeit haben, mal, dass wir uns echt kennen. Das ist der einzige Punkt, der einzige Beweis dafür, dass wir im Glauben sind. Physische Materie. Und jemand macht dagegen, jetzt argumentieren, Steve, das ist fleischlich, Werksgerechtigkeit, es geht nur um die geistigen Dinge. Johannes 3, Jesus, der Messias, spricht, wenn du die irdischen Dinge nicht verstehst, wie willst du dann die himmlischen Dinge verstehen? Der Meister hat es selber gesagt. Um die geistigen Dinge zu verstehen, muss ich die physischen Dinge hier auf der Erde, die mir bestellt worden sind, erstmal meistern. Erstmal überhaupt an der richtigen Position zu sein, dann reden wir über das Geistige. Um das Thema der Gesinnung nochmal abzuschließen, bringe ich nochmal ein Szenario. Wir stellen uns vor, es ist 10 Minuten vor Ende der Weltzeit. In 10 Minuten kommt Christus wieder, um seine Regentschaft hier aufzustellen. Das weiß keiner natürlich, aber die Welt befindet sich bereits im absoluten Ausnahmezustand. Wir haben nun folgende Situation vor uns. Überall, wo du schauen kannst, ist Tod, Leid und Übertretung und Chaos und Anarchie. Und hier ist nun ein Mann, der ist gefangen genommen. Dieser Mann ist ein glaubensbekenntender Christ. Er hat ein Glaubensbekenntnis an Jesus Christus abgelegt vor vielen Jahren und eine Meute böse Männer haben ihn nun gezwungen. Er kauert dort und man möchte ihn zwingen, seinen Nachbarn zu erschießen. Man legt ihm eine Waffe vor und sagt, erschieß diesen Mann. Und der Mann schreit, der glaubensbekenntende Mann schreit. Ich habe nichts gegen diesen Mann. Ich liebe ihn, er ist mein Freund, er ist mein Nachbar. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir konnten immer alles auch gut klären. Unsere Kinder sind gemeinsam zur Schule gegangen. Wir haben überhaupt keine Feindschaft. Warum wollt ihr dieses Böse tun? Aber die Meute bösem Herz und böse in Tat drängt drauf. Tu es jetzt. Und während er sieht, dass die Lage aussichtslos ist, beschließt er, diese Waffe zu entladen. Vielleicht gewinnt er noch mal zwei oder drei Minuten aus dieser Situation und macht das auch. Er springt auf die Waffe, um die Waffe zu entladen und in der Minute geht der Schuss aus Versehen los und er trifft seinen Nachbarn tödlich. Der bricht zusammen und stirbt vor seinen Augen. Und er ist da am Knien und am Kauern und am Schreien, am Weinen. Wie konnte er es soweit kommen? Die Meute allerdings zieht zufrieden davon, denn er hatte das ausgeführt, was sie wollten. Und während er am Verzweifeln zum Herrn schreit, bricht die letzte Posaune los. Das letzte Schofar wird gestoßen und Christus kommt wieder. Und er wird als gerecht gefunden, weil er hatte die Gesehnung nicht gehabt, obwohl die Tat vollbracht wurde aus irgendeinem Grund. Zur gleichen Zeit, vor zehn Minuten, an einem anderen Ende der Erde, hat ein ebenfalls gläubiger Mann, ein Mann, der ein Glaubensbekenntnis an Christus abgelegt hat, hat nun Zuflucht gefunden mit seinen Nachbarn in einem abgelegenen Dorf am Ende der Straße. Draußen Chaos und Anarchie und er ist nun dabei, die letzte Mahlzeit zuzubereiten. Wer weiß, ob es morgen, die wissen ja nicht, dass in zehn Minuten die Erde zu Ende ist, das menschliche Zeitalter wird dann abgeschlossen sein. Eine Mahlzeit haben sie noch, was sie lange aufbewahrt haben, die wissen nicht, ob es überhaupt danach noch was geben würde. Und dieser Glaubensbekennende Christ beschließt nun, zum Nachbarn rüber zu gehen, um diese Mahlzeit zu teilen. Denn das ist, was ein Christ macht. Ein Christ entbehrt alles, er ist enthaltsam in allem und er ist immer freundlich. In den zehn Jahren, wo er neben seinen Nachbarn gelebt hat, war es immer schön. Er hat seinen Nachbarn immer freundlich begrüßt. Nie gab es Streit. Hinter verschlossenen Türen am Esstisch gab es das eine oder andere Gespräch schon mal mit der Ehefrau gegen den Nachbarn. Denn eigentlich glaubt er, dass der Nachbar ein Schnösel ist. Und er glaubt auch, dass es ein Streber ist. Das Haus ist größer und schöner, aber das liegt daran, dass er ist strebsam und bestimmt ein Spießer. Wahrscheinlich ist das jemand, der da auf der Arbeit schleimt. Das ist, wie er so über seinen Nachbarn denkt. Und, das weiß keiner, die eigene Frau schon gar nicht. Und er würde natürlich nie Avancen machen gegen eine verheiratete Frau, denn er ist ein bibeltreuer Christ. Aber ab und zu aus dem Auto, aus dem Fenster hat er mal hingeschaut zu der Frau und findet, dass sie eigentlich schöner ist als seine und er begehrt sie. Und diese Gesinnung hat er und im Herzen ist er auch neidisch auf den Nachbarn über die Schuhe und all die Sachen, die er trägt. Nun, beim Hingehen mit der letzten Mahlzeit lächelt er und klopft an der Tür und plötzlich bricht die Posaune los. Die letzte Posaune, das letzte Schofar wird gestoßen und Maschiach kommt wieder und auf diesen Bibel bekennenden Mann wartet und lodert das ewige Feuer. Er ist ein Heuchler, der ist kein Gläubiger. Gläubig zu sein heißt, wir arbeiten an der Gesinnung, dass Christus in uns Form annimmt. Und ich möchte dir zum Abschluss hier etwas vorlesen. Johannes 5, danach war ein Fest der Juden. Wenn Johannes von den Juden schreibt, weil sein Leserkreis ein anderer war, mit den Juden meint er, die obersten der Juden. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahm und Abgezerrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieß zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst hingehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Ligamatte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Ligamatte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Eine bahnbrechende Geschichte. Jesus geht gar nicht auf die Tradition, auf das Gedankengut, auf das Mannes ein, dass ein Engel von Engeln hinabsteigt und er wartet auf das Bewegen des Wassers, worauf wir immer so lange warten, auf geistige Themen, auf geistige Dinge, die uns helfen, und deswegen liegen wir so lange in dieser Krankheit der Gesinnung, gefangen von Begierden, gefangen von Neigungen, gefangen und arbeiten daran, nichts zu tun, nichts anzufassen und liegen da. Und Jesus sagt, willst du gesund werden? Das heißt, von der praktischen Technik her, von der technischen Praxis her, wenn wir wirklich mit Jesus eine Begegnung hätten, wäre das das Ergebnis. Wir würden aufstehen und wir werden siegen. Rollt den Stein weg, aber Lazarus, er ist schon vier Tage dort, er ist verwest, er riecht, rollt den Stein weg, rollt dieses steinerne Herzen, mach es auf, ich komme durch, ich kreuzige das Fleisch mit dir, ich werde in dir alles bewirken. Nimm deine Matte und dass er diese Matte nehmen soll, der Kranke, der schon so lange liegt, auf irgendwelche Engelszeichen, Jeschua geht gar nicht drauf ein, stimmt das? Glaubst du wirklich, nicht, dass ich so heile, dass ein Engel runterkommen muss, um das Wasser zu bewegen und dann kann nur einer geheilt werden? Ich bin doch das Leben. Jeschua geht gar nicht drauf ein. Die Frage, willst du gesund werden und wenn du sagst Ja zu Christus, ist die Kraft da, jetzt schon im Fleisch und Blut das zu erreichen. Nimm deine Liegematte, steh auf und geh und das ist sinnbildlich für das Kreuz. Nimm es auf, fang an das Leben zu bestellen, glaub an mich und geh. Alles andere wird sich fügen. Nun sprachen die Juden zu dem Gehalten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Die Juden, wie gesagt, die Obersten, die Schriftgelehrten, Satans Frontmänner, die nicht wollen, dass du frei wirst von der Gesinnung. Deswegen bombardieren sie mit Relikien und Dinge, die man machen muss und Traditionen, die tot sind. Das ist, wo Satan am Wirken ist. In viel Bibellehre, ohne Kraft. Kommen wir aber zu Christus, werden wir erkennen, durch Freiheit in uns, durch das Tragen des Kreuzes, dass wir zu ihm gehören. Ich hoffe, dass diese Serie für dich Sinn gemacht hat.